Ich habe ihm gesagt, dass mein Freund nicht in den Knast wandern lässt. Ich habe ihm gesagt, dass ich meine Eltern ermordet habe. Er hat mich angelogen, er hat mich angelogen, als er sagte, dass er mein Geheimnis für sich behält. Er muss wohl sehr enttäuscht gewesen sein, als er hörte, dass es keinerlei Indizien gab, die auf meine Schuld hinweisen, außer seiner Aussage natürlich. Man fand jedoch Fingerabdrücke. Fingerabdrücke auf dem Messer, mit dem ich meine Eltern zerhackte, auf der Schiebetür der Badewanne und auf dem Knauf der Haustür, sowohl auf der Innen- als auch auf der Außenseite. Alle von ihm, alle von ihm tagt so vor, als ihn darum bat, ein paar harmlose Aufgaben zu erledigen. Aber ich stehe zu meinem Wort. Freunde, lässt man nicht in den Knast wandern. Zu schade für ihn, dass wir keine Freunde mehr sind. Wir sind so, als wir negóесь아, dass wir nicht hinterher söndern. Also will ich dich zer reduieren. Wir sind jetzt aber nie. Auch ein Lieblings worstens. Wir sind der 나라 Rolle daunen und in der denn nullen存iffern. Dankeschön. Weil wir sind Blackstone und auf der weste die Zukunft am 120 Meter. Aber Oppen kommt ja noch mit Schaden. Aber sie nehmen uns jessment. Wir haben schaden nicht. Untertitelung des ZDF, 2020